Ha, tja, hm, das ist beim letzten Mal ja nicht ganz so premium gelaufen, aber wir kriegen das jetzt natürlich besser hin. Wir werden einfach Massenvernichtung raushauen und, äh, ja genau, das hatten wir ja alle schon hier, die Gespräche, der will uns nicht helfen und sonst was. Oh, guck dir all die bunten Farben an, Mann! So, was machen wir denn? Ich bin dafür, wir schicken einen Scout vor. Alles klar, damit wir wissen, wie weit wir vorgehen dürfen. Und dann zaubern wir da ein Netz hin. Und du zauberst da einen Eissturm hin. Und dann nimmst du deinen Bogen in die Hand. Und dann rennst du zurück, wie nichts gut ist. Und du hältst den auf. Was soll schief gehen? Ja. Hast du nur Eispfeile? Ja gut, du hast ja jetzt einfach, du hast jetzt die Eispfeile. Feuerball. Weg mit ihr. Hat sie natürlich gar nicht gekümmert. Aber dafür, für die haben wir ja Sniper Reducorven. Rennen. Rennen. Okay, sehr schön. Okay. Dann normale Pfeile. Alle wichtigen Sachen. Ran. Feuer mag der doch bestimmt überhaupt nicht. Sehr gut. Holla, die Waldfee. Aber waren das nicht mehr? Genau, da war doch noch einer. Ja. Oh, es hat wen versteinert? Böp. Ja, den müssen wir aufhalten. Hier, trink mal einen Trank. Okay. So, hier geht alle auf die Spinne. Okay, es hat natürlich wieder... Ja. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich... So, das war gut. Na, Böp? Wie fühlst du dich so eingesponnen? Bewegungsfreiheit, das wäre ein Zauber, ne? Den könnte man ruhig mal lernen. Aber gar kein Problem hier für unsere supergute Truppe. Wir speichern einmal. Und dann... Dann machen wir das genauso wie eben. Tritt aus dem Schatten heraus. Nein, ab in den Schatten. Ich bin dumm. Danger. Danger. Okay, wir machen das anscheinend doch wieder anders. Yes. Okay, sehr schön. So, da ist er. Ja? Also, wie ist das denn? Razad muss das denken, denn Razad hat Bewegungsfreiheit. Das heißt... Razad... ...sollte... ...sollte nicht getroffen werden. Also, Razad soll muss die ganzen... ...den ganzen Blödsinn abkriegen. Wie kann ich helfen? Und wir müssen da was reinlöten, ohne die anderen zu treffen. Wie ihr wünscht. Es ist schwierig. Wir gucken mal. Was ist das? Selune guckt meine Hand. Ein Armee kann nicht immer mehr marchen. Wir müssen resten. Ja, aber das könnte man machen. Hier so hin. Ich glaube, dann würde man vielleicht die anderen gar nicht so treffen. Worum geht es diesmal? Eissturm. Todeswolke. Netz. Dagegen ist bestimmt einiges immun. Wo lagen die denn? Ich glaube, da an dem Baum. Und du haust einfach erstmal einen Feuerball nach da. Ja. Okay, Dark Triant hat schon mal Schaden erlitten. Das ist Jort. Wie ihr wünscht. Corwin. Okay. Aber nur einer von denen hat Schaden erlitten. Das ist ja eigentlich auch wieder ein bisschen doof. Ich hide myself from the light. Okay, warte mal. Ja, tschüss. Corwin, du wirst jetzt alle wegflaggen, ne? Du wirst immun gegen Verstricken. Das ist so dumm. Äh. Schlafend? The fuck? Was ist mit ihr? Status? Ist ohnmächtig. Natürlich. Aber ohnmächtig ist ja nicht so schlimm. So, die ist tot, die Tante. Genau. So, jetzt müssen wir nur noch den aus dem Leben kneuzen. Und das muss jetzt schnell gehen, bevor der durchmarschiert zu Corwin. Okay. So, du gehst mal nach hier. Was man Corwin aber auch nicht aufheben kann, ne? Also, du böllerst einfach mal. Was ist denn, Buttercup? Ja, was ist denn, Buttercup? Äh. Wie kann man denn Leute aufwachen lassen? Das ist Gift, ne? Oh, warte mal. Vielleicht zählt das ja als... Ne, das zählt nicht. Das ist irgendein anderer Status. So, dann schieße einfach mal drauf. Sehr gut. Einfach weitermachen. Nicht aufhören. So, und du stellst dich mal hier so davor. Nur falls irgendwas schief geht. Und noch ein magisches Geschoss in den... Ne, kein magisches Geschoss mehr. Okay. Es läuft doch. Ich schläft da einfach. Wird bescheuert. Keine Ahnung, wie lange die da schlafen möchte, aber... Okay. Ja. Ziel verschwunden. Corwin ist wieder wach. Nice. Yes. Quick save. Easy, Mister. Easy. So. Okay, da unten sind die. Ja, ich will euch helfen. Ach so, hier, from afar. Da ist diese... Ach so, der sagt jetzt hier... Okay, okay. Ja, also man soll den Ruinen fragen, den unfreundlichen. Okay, und er sagt... Alles klar. Er konnte sie nicht auch was für Pferden lesen? Schon lange nicht mehr, ne? Oh, was? Die kann er auch schleichen. Okay. Äh... Corwin hat einen Feind gesichtet? Aber wo? Der muss irgendwo da sein. Ach, da, ein Ankeck. Haha. Ha. Äh... Schaffen wir noch einen Ankeck? Einen vielleicht, aber zwei? Wir müssen dringend mal rasten. Vielleicht gehen wir da besser nach hier vor die Tür. Whatever you like. Ich bin schmerzen. Der Bibel ist immer noch gestärkt. Keine Ahnung, wodurch das zustande kommt. Aber wir fragen natürlich nicht nach. So, noch einmal schnell gequicksafed. Scheiße Och nö Natürlich kommen wir gleich wieder 2 Corwin hast du eigentlich Oder noch hast du noch War für unbrauchbar Willst du mich verarschen So Ihr sterbt bitte alle Und dann Nimmst du das Dann drücken wir auf Spejon Und dann rasten wir einfach nochmal Jawohl ja So Das war doch schon mal wichtig Habe ich so das Gefühl Erstmal wieder eine Runde heilen Für alle Yes 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 So Also jetzt ist die Frage Gehen wir erst da unten hin Das könnte auch ein Gebiet zu übergang sein Oder gehen wir erst Also eigentlich können ja die Die Drow können ja eigentlich nur noch in diesem Gebiet hier eigentlich irgendwo sein Oder halt bei ihm Der kann die ja auch mitgenommen haben Gehen wir vielleicht doch erstmal zu ihm Okay so Spejon Und ab durch die Tür Und da ist er Sieht doch eigentlich alles ganz chillig aus hier bei ihm Was ist das? Ein leuchtender Pilz Natürlich So Dann Reden wir doch mal mit ihm Er ist hier alleine? Oh was ist das? Also Alles klar Da ist irgendwie so ein unheiliger Baum Also mal gucken Hier Kreuzritter sind total krank geworden Mit so einer Schleimkrankheit Hast du ein Mittel dagegen? I have a cure What I don't have is any use for service I need that cure Genau I can see you're serious about obtaining the cure There is an item I need Though it will be difficult to find And more so to acquire Ein Bloomsack Aha Ein Samenbeutel oder was ist das? Ja haben wir auf jeden Fall schon Ich hab Samenbeutel gesagt Okay This is precisely what I need Impressive Hey there Right This potion will cure the slime sickness Take it and be gone Our business is complete Slime sickness Okay Wir reden jetzt mit den Leuten hier Gucken Archer Poison Crusader So Da komm her You need something Hier das sollte helfen Jo danke man So Alles klar Hier Meine 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 Verwirrtheit Die geht weg Hier Ich glaube ich kann aufstehen Danke mein Freund Du hast mir eh getan Als ich zu hoffen wagte Hier Ich helfe den anderen Ah ja hier Wenn du nicht gewesen wärst Wären wir jetzt alle Hätten wir alle das gleiche traurige Schicksal erlitten Moment mal da ist irgendein roter Ding Sagt der Sagt Laddl Am Am Supply Depot Dass du geholfen hast Der wird uns Und hier ist auch noch ein Siegel für einen wahren Kreuzritter Und das ist Grünschleim Oh da müssen wir ein bisschen aufpassen Grünschleim Grünschleim war schwerer Gegner dachte ich Aber so war es gar nicht Haben wir jetzt hier noch ein Siegel von Kehler Ja klar die sammeln wir natürlich auch Die brauchen wir bestimmt fünfmal hier so Super nice Was ist das hier Abwehrtrank Kann eigentlich mal nach da Okay Poison Ach ja wir sollten hier auch noch irgendwas in die Luft sprengen Ja finden wir alles Okay also wir haben hier Ah Was passiert denn hier Okay So wir haben alles Abgedealt Und wir müssen zu Laddl zurück Hier kriegen wir noch eine Belohnung Da war ja noch der Unkack Und dann gucke ich gleich mal Wenn der Part zu Ende ist Aber das dauert ja noch ein bisschen Gucke ich gleich mal nach Drauf Ja guck mal da sind auch die Draw schon Ich habe irgend Ja äh Leute Hier Genau Unkack stirbt Nirush hat ihn mit dem Schleuderstein tot gemacht Cretin Wir hätten leicht getötet werden können So lange wie das gedauert hat Bis du das Monster gekillt hast Caled Denk dran An der Oberfläche sind die Leute freundlicher Ja Also Müssten wir jetzt auch wie Oberflächenbewohner reden Naja also ich denke Die würden Dank anbieten Ach wie ermüdend Also na schön Vielen Dank Ah I take it You're the ones That draw search party Genau Ich denke doch Ihr seid Ihr seid diejenigen Drow Nach denen wir suchen Na Nein Wir werden nicht hingehen Ähm Nichts könnte uns zurückbringen Wir würden nur Ähm Strafe Abbekommen Und besonders ich Wieso denn du Hm Ich bin ein 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 Männchen Und Auch noch Ein Diener Einer Ganz ganz geringen Kasse Er ist wahrscheinlich Ein Wachkrieger Und wir haben uns beide entschieden Zu rennen Und Wenn wir jetzt Geschnappt werden Dann wird meine Strafe Viel viel schwerer sein Als die von Caled Und Warum seid ihr Uh Oh Ist mir scheißegal Also naja Okay Okay Und warum seid ihr geflohen Ich bin eine Daughter eines der großen Häusern Während Umar Er ist nur ein Servant Er ist so pretty Und amüsant Ich habe entschieden Ich muss ihn haben Meine Mutter Wurde uns nie Sobald wir uns Gehen Auf der Grund Wir werden ein neues Haus Und ich kann Wie ich mit ihm Ja als ob Ach ja also Ich bin die Tochter Eines Hohen Hauses Während Umar Hier nur ein einfacher Diener Ist Er ist so hübsch Und unterhaltsam Hm Und deswegen Habe ich entschieden Dass ich ihn unbedingt Haben muss Meine Mutter Würde das natürlich Niemals erlauben Dass wir zusammen sind Also sind wir weggelaufen Logische Konsequenz Auf der Oberfläche Machen wir Werden wir uns Eine neue Heimat schaffen Und dann kann ich mit ihm Machen Was ich möchte Das habe ich befürchtet I don't care Okay Ach das kümmert mich nicht Ich werde nicht Uma Ich werde Uma nicht aufgeben Achso ich werde Uma nicht aufgeben Er folgt mir Und er tut das Was ich ihm sage Er ist halt hart unterwürfig Also ich kann euch hier nicht In der Dunkelheit rumwandern lassen Ja Nein Wirst du nicht Weil du jetzt nämlich Zurück zu Shapur gehst Also Hör auf zu Flan Und geh zu den Nordlichen Kavernen I'll not stand in the way of true love Ja ja genau Ich werde mal sagen Was hier los ist Also jedes Mal Wenn ich hier diese Ah ich werde wahrer Liebe Nicht im Weg stehen Antwort mache Werde ich Bereue ich es danach Immer in Rollenspielen Weil es jedes Mal so ist Dass der gutgläubige Der gutgläubige Charakter halt Von mir Den ich dann ja immer Dann so spiele Verarscht werde Das letzte Mal Ist schon eine Weile her Natürlich Bei Mars Effect Glaube ich irgendwann Da war das dann so Ich stürme so einen Piratenstützpunkt Keine Ahnung was Und die Leute so Ja mein Auftrag war Die sind alle richtig böse Und die müssen alle dran glauben Und ich okay Mach ich Und dann stürme ich da so Ein Vorposten Und dann sitzt da in der Ecke So eine Tante In so einem engen Bodysuit Und so oh nein Bitte nicht Hilfe Hilfe Äh Ich würde ja auch nur Gefangen gehalten Und so Und ich natürlich Erstmal so Ja klar Nee glaube ich dir nicht Und sie Doch doch Und ich War schon ein bisschen unsicher Und meinte so Ja der Anführer ist da Zwei Räume weiter Ich kann dir beschreiben Wie er aussieht Und der hat da noch Einen Fallenmechanismus Fall da nicht drauf rein Ähm Und ich natürlich dann schon Oh danke für die Informationen Und so Wie hast du das denn mitgekriegt Und sie so Ja man hört ja als Gefangener So einiges Und so Ach bitte lass mich einfach gehen Ich brauche auch nicht Keinen Schutz und nichts Ich werde einfach versuchen Rauszurennen Und dann habe ich halt gesagt Na gut dann renn halt Naja und dann drei Räume weiter Ich komme da an Und so Ich so Ja wo ist der Anführer Und die dann so Ja unsere Anführerin Die war weiter vorne Habt ihr die nicht getroffen Und ich dachte Oh fuck Und dann war es natürlich wieder Diese Tante da Die ich dann hab entkommen lassen Weil sie Weil ich einfach Ein zu weiches Herz hatte Und ähm Ja Damit nicht genug Die schreibt mir dann auch noch Eine Nachricht Haha du bist so ein Trottel Naja bis dann Tschö Naja und Ich glaube auch nicht Also ich sag hier Du gehst zurück Und adlige Tochter Hier Wer ist andersrum Na Wer sie Niedere Ähm Und er wäre der Adlige Naja würde ich das dann machen Wenn die beide Niederen glaubens Ich weiß es nicht Also hier Du gehst zurück Also Vielleicht hat er recht Caelid So stark wie du auch sein magst Ähm Du Es mag nicht Du wirst es vielleicht Trotzdem nicht schaffen Uns auf der Oberfläche Zu beschützen Ja vor allem Wenn sie Priesterin ist Verliert sie ja auch sofort Den 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 Segen Ihrer Göttin Äh Wie irritierend Na gut Dann gehen wir halt zurück Bis ich andere Pläne habe Äh Sei bereit Vorbeizuschauen Wenn ich dich Äh Wenn ich dich einbestelle Äh Ich werde warten Meisterin Uh Das ist sehr romantisch Also dann mal ab mit euch Wir sind bereit Okay So nice Diesmal habe ich sie nicht Gehen lassen Bestimmt werden die gleich Vor meinen Augen Er wird vor meinen Augen Gleich exekutiert Und das war's So Safana Ah Das kann sie natürlich Wir nicht schleppen Aber er kann das schleppen Genau Ankeck Panzer Kann man sich daraus Machen lassen Okay Na das ist doch Gut gelaufen Oh ne Ey Da zaubert schon wieder einer Ne 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 Ah wobei Wir haben doch gepennt Das müsste doch eigentlich gehen Die watscheln auch gleich schon wieder los Ich höre sie doch schon wieder So okay Die werden wir Oh nein Korrupt Pierte Lymphe Okay So Die werden wir jetzt Übelst aus dem Leben Böller Ja Kein Problem Wir gucken mal Noch kurz Das sind doch nur zwei Anscheinend sind es auch nur Oh Lauf 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 Okay Bis da Können wir ungefähr Zaubern Bis hier Er hat nur einen Feuerball Naja gut Muss reichen Hi there Aber so wie Obi-Wan Hallo there So die werden einfach übelst gedoppel Feuerballt Korrumpierte Nymphe Eigentlich würde ich da gerne Razzard hinschicken Okay und die erstmal zurück Renn 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 So das reicht Glaub ich Hat natürlich viel aber nicht geklappt Man hört sie da schon mal wandern Trink mal noch so was Hä Wo sind die denn hin Oh no Alter das macht mich so nervös Okay der ist unverletzt Aber Ist die Nymphe denn tot Feuerball Fledermaus stirbt Schade Ne die laufen irgendwo rum jetzt Scheibenkleister Das ist ja offensichtlich ein anderer Alter Einschlag ne So hau ab Renn Gut I require healing Okay Aber mit healing können wir ja dienen Nein Du sollst ihn heilen Und du Hast doch noch seine Zauberheilung Oh scheiße He 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 So Nicht mit mir Leute Okay Strategisch Epischer Strategischer Rückzug Bis nach hier Epischer Strategischer Angriffslinie Ungefähr hier Okay Das war gut Korvel Naja Leute Macht mal was Äh Äh Der ist schon schon verletzt Sehr gut Boah ey So ein Stück weit Habe ich ja hier Respekt vor den Leuten Okay Aber das hat Jod geklappt Oh Hier sind noch Struktur Okay Alter Das ist hier aber auch Immer riesig Na So Okay Danger Ähm Warte mal Sie konnte doch sogar Spuren Hä Nee Aber irgendwie konnte sie doch Spuren lesen Oder nicht Oder irre ich mich da jetzt komplett Ich dachte sie könnte das Aber vielleicht irre ich mich auch einfach Vielleicht bin ich doof Oder vielleicht so ein anderes Spiel Okay auf jeden Fall brauchen wir hier Also Ruinen Das schreit nach Fallen Okay und da geht's noch weiter Ah You will go no further I am Halitabb Claire And I guard the entrance to Kanaglim There is no passage here but through me Which means there is no passage at all Ja, du bist der Weise. Also, erst mal fragen. Weise, so wird es selten genannt. Natürlich, also ich nicht. Also, für wen stehst du denn hier eigentlich, Wache? Für dich selbst oder für andere? Be gone, Gnome! All that try shall die. I can say no more. Äh, cannot or will not. Aha. Ähm. Okay, ich habe auch nichts mehr zu sagen. Haha. Haha. Drachenkampf, ja. Haha. I should pass the dragon into the room danach. Ja, klar. Ja, aber... Wo kommt... Hä? Ach so, das ist so ein... Okay. Äh, Drachen. Drachen. Geisterdrachen. Geisterdrachen. Oder Drache? Geisterdrache? Roter Drache? Drachen ist doch das, was man steigen lässt. So. Geisterdrache. Gar kein Problem. Was ist hier? Corrupted Grove. Da sollten wir auch irgendwas machen. Okay, gar kein Problem. Gut, ich würde sagen, das gucken wir uns im nächsten Part alles an. Es hört auch einfach nicht auf. Und die leben hier auch alle völlig random miteinander zusammen. Weißt du? Dieser hier irgendwo, Kreuzzug, hier strahlende, strahlende Dame. Die haben so diesen Bereich, aber nicht den. Und den Bereich? Ach nee, dieser hier war es. Aber ja, doch, aber nicht den. Dann hier oben noch irgendwelche Drow. Hier unten sind irgendwo Drow hingekommen. Keine Ahnung, wie die an all dem hier vorbeigekommen sind. Hier wohnt der Droide. Hier wohnen irgendwelche korrumpierten Droiaden. Und alles funktioniert irgendwie so. Und dann komme ich vorbei und haue alles tot. Und danach ist dieses ganze Gebiet befriedet. Wie immer. So, na schön. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein und bis dann.